Ja, sorry, dass jetzt so lange kein Part mehr gekommen ist, aber wir haben da was Neues ausprobiert, das werdet ihr auch jetzt gleich in dem Part sehen. Dazu würde ich gerne mal wissen, wie euch das gefällt. Auf jeden Fall hatten wir da so ein paar Schwierigkeiten mit dem Upload der Parts von Jens. Und ja, jetzt ist es ja da, die neuen Parts, und ich hoffe, ihr habt Spaß und bewertet das mal bitte, damit wir wissen, ob wir das so weitermachen sollen oder nicht. Vielleicht bauen wir das dann auch in einen oder anderen LPs ebenfalls ein. Moin und hallo, herzlich willkommen zurück zu Dungeon Defenders. Und Adrian möchte uns etwas unglaublich Tolles zeigen. Nein, wollte ich nicht. Obwohl doch. Ich bin Gondorf, der Weiß jetzt, und jetzt der Grau. Okay, legen wir die Garten los. Bestreiten wir heute die endlosen Türme. Oder wie auch immer die Map heißt, endlose Türme, ja? Ähm, was machen wir denn für Schwierigkeitsgraden hier? Mittel. Nein, nicht Wahnsinn. Nein, nicht Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, 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 Hölle. Können wir das so unter überspringen? Wenn ja, dann bitte jetzt. Okay, damit wir das ein bisschen schwieriger gestalten, hauen wir direkt rein. Ey, kein Problem. Ich bin in Ruhe. Ja, ja, ich auch. Na, Zuchtwand. Ohaaha. Ach, drauf geschissen, wer braucht die Truhe? Ihr seid doch bescheuert, ehrlich. Yay. Ich weiß noch nicht mal, wo die Truhe hier steht, aber scheiß drauf. Sprich einfach hier runter. Heute wird pur gekämpft. Ohne Türme, ohne alles. Ach, für Spaß dabei, wir brecken. Okay, ich glaube, der Antenna-Kristall wird da oben jetzt angegriffen gleich. Komm, ich mach jetzt nicht mal richtig runtergelaufen. Jens, lauf! Lauf, Schlampe, lauf! Halt die Klappe da. Ich habe im Gegensatz zu euch schon 220 Mana, 240. Also, ich habe 250. Soll ich dir jetzt gratulieren? Mein Pet rofft die Gegner hier schon. Der rofft die richtig weg. Ihr habt ja bloß ein bisschen Schaden. Hm? Und ihr habt bloß ein bisschen Schaden und so. Obwohl, welches hast du? Äh, den Gunner. Ich glaube, ja, der war schon gut. Soll, der snackt jetzt erstmal Jens Gegner hier weg. Finde ich voll nice. Hey! So, was Petz. Echt, nimmst du links oder rechts? Ich bin geradeaus. Ja, also, den rechts. Ah, kacke! So, und direkt weiter. Wollt ihr ein paar Türme aufbauen? Ich habe schon mal einen Türme aufgebaut, mehr brauche ich nicht. Äh, schön. Für Spaß. Ich brauche gar nichts. Also, ich will ja nicht sagen Jens Mana, sonst haben wir vielleicht ein Problem mit den Drachen. Ja, Quatsch. Du bist mit Anni, du bist nicht bereit. Ha, 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 ha. Nein, Jens, ich bin nicht bereit. Du kannst die Türme einfach aufwerten. Adrian, du hast bestimmt auch noch 40 Mana übrig. Gib's her. Gib's mir los. Oh ja, er gieße ich über. Moment, ich will also selber was bauen hier. Also, Tag nicht. Ah ja, er weiß, er ist bereit, aber nicht bereit. Ja, danke sehr. Ja, wenn ich hier schon anfange, mich hier aufzubauen, dann kann ich hier auch mal aufzubauen. Äh, äh, äh. Du kannst ja gleich noch mal markieren. Wohin? Ach, da, okay. Lalalalalala. Ja, ja, ist ja gut. Wie machst du das jetzt eigentlich? C. So, C, okay. Eeeh. Ruhe da unten. Ach so, das sollte man nicht machen, während man gerade baut. Sag mir das doch nicht. Richt es dann ab? Ja. Meine Seite ist gecleared. Jetzt gehe ich mal Marceles clear. Nein, tust du nicht. Okay, okay, dann mache ich sie nicht. Marcel, verkaufe dein Pad hier. Das macht nur 26 Damage. Adrian, verpiss dich. Ich mache nichts. Nein. Ja, der ist auf Adergangs Seite. Ich habe keinen. Doch. Nee. Doch, das ist deiner. Ach, jetzt ist es aber immer meiner. Das ist der auf deiner Seite, ja. Ja, Drachen sind nicht im Aufgabenbereich. Ach so, nicht. Dann gib mir all dein Geld. Scheiße, ich habe was gekauft. Das ist ja voll lame. Meine Drehklingenblockade brauchst du hier noch nicht mal zu drehen und die Gegner sterben schon. Ach, jetzt ey, du brauchst du mal nicht. Die sind halt lahm. Ach so, die. Du hast schon so viel Sweat. Gar nicht. Ja, juhu. Aber gar, geh weg. Ich kann auch tatsächlich gerade mal. Geh weg. Hört mir hier ein bisschen auf, ne? Ah, bin level up. Mal gucken, was skill ich da diesmal. Und Umschlag? Warum kann ich einen Umschlagskill und Blut zahlen? Marcel? Äh, kann sein, dass du es ein bisschen verpackt hast und du meine Fertigkeit skillen kannst? Ja. Das ist gut. Ähm. Ich habe Damage und Heilung geskillt und mir ist gerade aufgefallen, dass ich 55 auf Damage habe. Mir fiel auf, ich konnte gar nicht gillen, sondern ich habe einfach deine Skillung mitgesehen aus irgendeinem Grund. Äh, ja, okay. Ich habe gerade 50 auf Damage und 45 auf Heilung, davon sind 20 von der Ausrüstung her. Ey, ich brauche auch Mana. Ja, hab nix mehr, habe ich Pleite. Das willst du doch jetzt nicht wirklich sagen. Wie viel brauchst du denn, Marcel? Du hast nur 60 Mann, jetzt. Wie viel brauchst du denn? Ich habe nix mehr, habe ich nur noch 500. Okay, ich habe 465 Mann, sowas. Mach mal hier weiter, ne? Du umlieg doch nochmal an, Marcel, an deinem Ding. Ja, ja, ich hau ja schon rein. Ich gehst doch nix mehr, doch. 400, 300, 200, 200 Bank gezogen. Yeah. Hm, na, ich geh in die Richtung mit langen. Und da jetzt noch kommt er, später der Opa. Später. Später kommt der Opa. Also der Easy-Blooper. Hä? Sollte der Easy-Blooper. Äh, ja, genau der. Ach ne, verdammt. Opa. Opa, bei Fuß. Okay, der Oga kommt doch jetzt. Der Oga ist erschienen. Aber jetzt. Egal, ich sorge für die Sicherheit unserer Eternia-Kristalle. Mach das. Heißt die jetzt eigentlich Eternia oder Eternia? Eternia. Irgendwas, keine Ahnung. Ein bisschen falschen. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Dass die da ja mal so einen Stau machen müssen, ne? So, okay. Jetzt kommt der Opa da vorne hin. Mal live-steal einmachen. Oh, ich wollte dir gerade helfen, komm. Mensch, da. Ja, sorry, ich frohrode alles hier. Klebe unten an der Seite. Alles mache ich schon. Nein, du bist du nicht da. Den Gunner sind froh. Wärts schnell, wärts schnell. Schüss, oder will ich schüss das? Ich. Oh, meine Kiste. Ja, 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 juhu. Oh, jetzt spawn doch, du Scheißkiste. Du stehst in hier drin. Sag ich ja. Welle sieben. Hab sie bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Fährt dann soweit. Oh, nee. Ich hab sie gar nicht bekommen, merke ich gerade. Oh, fail. Wie viel kostet das? So, dann holen wir sie in den Dressen. Dann holen wir doch mal 400 Mannanana da rein. Mananana. Bidididim. Nanananana. Ich hab gerade voll den super genialen Eiden fallen. Wobei das irgendwie nicht so ganz passt. Hm, du hast ihn. Wie gefällt das eigentlich? Ich wollte mir noch Blockaden hinbauen, aber wenn ich sie da hinbaue, dann kann ich auch genauso gut nichts hinbauen. Weil ich bräuchte schon zwei. Aber das einfach mal. Nein, 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 nein. Nein. Ist dein Argan verreckt. Nee, Gandalf. Achso. Aber diesmal ist Gandalf der Graue verreckt. Der hat aber alles das jetzt wiederbekommen. Wo fällt man dahinter? Hä? Richtige Seite. Lalalalalalalala. Ah, nicht nett. Ah, nein. Dein Argan. Ah, bei Argan ja dann. Der Scham das ja. Bei dir auch. Oh, geil. Ich hab ein Oger. Ach, bei mir auch. Hier ist sie. Durchschnetzeln. Eine Oger. Das ist noch ein Oger. Oh, das ist meiner. Erstmal die Fettis hier wegklatschen. Die Blockade dampft sich schon mal auf für den Oger. Der ist ja schon fast tot. Ja, dann kann ich auch. Damage. Bei mir ist nur das Problem, dass ich nicht so schnell schlagen kann. Das stimmt ja nicht so schnell. Oger ist da. So. Lalalala. Lalalala. Weg mit dir, du Abschau. Hm, genau. Wo kommst du? Bisschen Ehe durchgehen. Ich will das Schwert. Ich will das Schwert. Weg mir das Schwert. Okay, da. Da ist ein Drache. Los, Pat, töte es. Zoom. Zoom, Zoom. Pew, pew. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich mit dem ganzen Mana anstellen soll. Upgrade meine Tower. Ich ab für meine Drehkling-Blockade nochmal. Ah, jetzt war das ein Stern. Hat das Ding hinten auch schon. Bei mir kommt nochmal ein O-Down. Bei mir auch. Bei mir auch. Also das ist schon letztes Fest. Bei Jens auch. Bei mir kommt wieder der scheiße starke O-Uga. 100k life. Hat wer noch Mana? Ich wollte eigentlich Adrien gerade seine Wall ab. Oh, danke. Na egal, dann nicht. Da ist auch noch eine Kiste, ne? Ich habe keinen Bock, da runter zu springen. Oh, spring. Spring. Nein. Spring. Ja, ich spring von der Drehkling. Ach so, ich bin nicht ready. Sag das doch. Du bist nicht ready. Du warst nicht ready. 2000 Mana wurde in meine Banken zugefügt. Oh, ey. Juhu, Gegner. Gegner, 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 Gegner. Oh, nie. Da ist nicht Gegner. Eure. Nein, mein Name. Ach, beide krank. Eure. Ja, gleich ist es vorhin. Ey, deine Drehkling-Pfade macht zu viel Schaden. 600 ziehst du. Nein. Du bist von der Brunnen. Hey, äh. Nix fail. Okay. Ach, hier ist schon der Ogre. Warum sagt mir das denn keiner? Ich habe doch Störr. Euer Ohr ist da. Mein Ohrpfeist da. Mh. Aua. Jetzt BAM, Junge in die Presse. BAM, Junge in der gleichen Zeit haben, ich könnte der dann mal hier, ähm, der Nieder hochbewegen. Ausgedrückt, ja. Nee, passt. Ja, sonst wäre ich jetzt gekommen, aber... Wir leben hatten da immer. Noch 40k. 35k. Okay, okay, Adrian. Passt schon. Krieg doch deine Hand. Oh. Ja, du schießt meine Türme, du. Oh nein, da kommt wieder so ein Kamikaze neben dir. Ja, okay, hast du. Ich auch da jetzt die da ab. Oh nein, ich sterbe. Ach. Okay, ich hab sowas aus. Ich sterbe doch nicht. Sehr schön. Oh, immer noch jemand Gegner. Überlegt, auf Mittel schaffen wir es easy, aber auf Schwer schaffen wir es gar nicht. Ja, kommen vor, ne? Das ist doch komisch. Das sind auch andere Zahlen vielleicht. Was meinst mit anderen Zahlen? Weniger Gegner kommen jetzt hier. Ja. Das hat nur noch ihr Gegner, halleluja. Na, du Drache. Da ist noch so ein Ollo. Ollo Trollo. Mein Flood? Ist doch schon tot. Er ist ja tot. Ach, hier ist noch jemand. Ja, ja, ach ja. Oh ja. Oh ja. Level Sieg. Aktiviere den Kristall um vorzufahren. Das müssen wir leben hier. Ich gehe erstmal in meinem Kasten. Machen wir noch mal einen da drauf und zwei da drauf und ihn da drauf. Auch machen wir zwei da drauf. Jaaah. Heathembox. Mach ich was geiles Neues. Ah, wieso drück ich immer auf Helden? Ernst ist so selbstverliebt. Er muss sich immer selber angucken. Lolololololol. Achso, er ist auch da. Ich habe ein nettes Schwert bekommen. Stufe 45. Noch ein Laserschwert. Ach, du und deine Laserschwerte. Was denn? Die sind schon schnell. Du hast wieder so ein Schwert für Stufe 60. Ach, ich bin schon 34. Geul. Ich kann endlich mein episches Equip anlegen. Oh. Oh, ist das episch. Du bist 16. Ja, ich bin auch diese Runde zweimal aufgestiegen. So. Wieder sonst nur Schrott bekommen. Oh, Jens, du bist der weltvollste Spieler. Wirklich. Yeah. Ähm. Hm. Hm. Was brauche ich denn noch mal mehr? Ähm. Itembox. Äh. Alles verkaufen. Ja. Doch. Du bist aufräumt mal wieder hier. Hm. Ist ja nur ein Wunder, dass ich der weltvollste Spieler bin. Ja, ich hab. Äh. Sechs Kills mehr gemacht als Marcel. Oha. Oha. Oha, Jens. Ja. Ich hab 56.186 Punkte und du hast 39.2002 Punkte. Äh. Oha. Äh. Erlittner Schaden 6437. Äh. 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 Ich hab 33. Bin grad insgesamt natürlich verreckt. Ich auch nicht. Ich hab jetzt 50 auf Live und 70 auf Damage. Das neue Gear geht richtig ab. Ähm. 59 Live, 52 Damage, 70 Laufspeed, 40 Wirkungsbereich. Hm. Äh. Wirkungsbereich hast du. Ah. Wirkenschwindigkeit. Ja. Wirkenschwindigkeit. Wirkenschwindigkeit, Geschwindigkeit, Schaden und Gesundheit. So. Was kann der Jens denn mehr als ich? Okay. Sechs Kills. Ja. Das hat er schon gesagt. Mehr Punkte. Mehr Schaden erlitten. Mehr Mana bekommen. Hm. 100, 200 mehr. Ja. Fahre fort. Hm.